335.000 Punkte, kann er noch etwas reißen? Schöner Tetris! Nein! Zwei Mister miteinander! Biest! Oh nein! Nein! 6.000 Pushtoff! Schade! Jongbar! Nein! Kriegt sie nicht drüber! Paul braucht 4.000 Punkte! Er holt sich dieses Spiel! Let's! Tetris! Wahnsinn! Dann kommen wir jetzt zum relevanten Teil und zwar dem ersten Finalmatch! 3 2 1 Tetris! 1 1 2 2 3 2 3 3